hey ho hier ist euer busypeon euer youtube channel des vertrauens und zwar öffnen wir heute ein drachen wandel display und ich habe richtig bock drauf gotterdank gab es jetzt ein reprint und ja da sind sehr schöne karten ja drin wie ihr bereits wisst ist ja auch schon länger draußen ja die teuerste karte ist natürlich requaser vmex alternatives artwerk und dann haben wir noch das nachtara vmex alternatives artwerk das sind die teuersten karten in dem set verwunderlich das sind halt wunderschöne artworks und das besondere bei diesem set allgemein ist dass die drachen typ der drachttyp sozusagen wieder sein comeback gefeiert hat gott sei dank ich bin auch ein großer drachen fan und ja jetzt gucken wir mal ui feuer energie schatz energie bodelhandschuhe kapuna voltilam holmgenau liebe kuskus holmgenau in reverse und siana vmex wow fängt schon mal richtig gut an wird auch direkt eingesleeft sehr schön cool die hatte ich glaube ich auch noch gar nicht ja gut okay das sind die falschen das sind die pennies die brauchen wir nicht die brauchen die perfect sleeves von no sponsoring keine werbung dragon shield benutze ich die beste finde ich also sie haben auch noch so ein persönliches persönlicher geschmack siana vmex cool davon gibt es auch ein wunderschönes alternatives artwork shake 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 doppelt gesleeft ja cool erste booster erster hit so kann es ruhig weitergehen mit den hitzen also teilweise einigermaßen auch komplett ganz zu lassen für meine booster sammlung und die haben wir schon wir teilen energie watti tauschbecher akteb immugal bommels und pyro und farbigel das ist von jedes von jedem artwork quasi einen ganzen booster habe sozusagen der natürlich leer ist ähm ja ok das war ein satz mit x wasser energie fließender angriff wollte den tag und altaria das ist übrigens hier das besondere zeichen für die drachen die krallen spuren spuren aber gleich im ersten büster nennen ist ja noch die mexikation das freut mich ich kriege die hier gar nicht zu greifen weil die so war teilweise sind die echt komisch aufzumachen immer noch pflanzenenergie kristallhöhle spielzeugfänger kleptifux kieslink kyurim und drisela drisela kristallhöhle spieler kristallhöhle spieler kristallhöhle spieler kristallhöhle spieler aus ich will jetzt eigentlich nicht gespoilert werden bitte blitz energie seelenmaske knapfel Jorglev, Palmogat, Tentacher, Irbis, Flethiamo und Melotik. Vielleicht ziehen wir eine Alternative. Ich würde mich natürlich extrem darüber freuen. Schatzenergie, Schleifenhorn, Evoli, schönes Artwork, Wummel, Knappfel, Kleptifuchs, Kiesling und Lusardin. Kampfenergie, Romaledi, Rettungsbox, Irokes, Jorglev, Kindwurm, Leupho, Lorzell, Biterdosa, Lorzidin und... Ja, Dipo-Nitox-Venix, das ist der... Schmutz, im wahrsten Sinne des Wortes, Schmutz. Würde ich mich echt über einen Gänger mehr freuen. Ah ne, hier ist ja gar nicht das Gänger. Das Gänger ist ja vom Infusionsangriff. Sorry, ich nehme es wieder zurück. Ich habe so viele Packs geöffnet, ey. Oh mein Gott, so ein schönes Requaza, ey. Das wäre es jetzt. Jetzt fehlt nur noch vom Artwork hier nach Tara ein vernünftiges von den Boostern und denn habe ich auch das erledigt. Pflanzenenergie, Hypno, Evoli, Wummel, Nokcan. Ja, ein Satz mit X. Oh, ich liebe diesen Sound von Boostern aufreißen, super cool. Pflanzenenergie, Hypno, Enton, Evoli, Wummel, Pikachu, schönes Artwork, Traumball und unser erster Holo, Dialga. Mhm, da habe ich schon was glänzend sehen. Mhm, 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 mhm. Das bedeutet, wird wahrscheinlich leider in diesem Display kein Nachthauer oder Requaza zu finden sein, weil wir jetzt natürlich eine Secret-Welt ziehen. Da ist sie, Gott sei Dank zumindest, eine, die ich noch nicht habe und zwar Gesichtschutz. Schöner Hit. Und weiter geht's. Moment mal, bevor es weitergeht, gucken wir uns die mal an, was kann die überhaupt. Äh, wenn das Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, keine Fähigkeiten hat, werden ihm durch Attacken der Pokémon deines Gegners 20 Schadenspunkte weniger zugefügt. Aha. Gut. Wird eher nicht so spielrelevant sein. Also spielstark. Wüsst ihr jetzt nicht, ups, wisst ihr jetzt nicht, welche Karte, also welches Pokémon-Monster da quasi passen würde. Tantoxa, wenn ihr das wisst, könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Hier haben wir noch Pikachu, Sturmgebirge als Reverse und, äh, Kombidigim als Rare. Wieso das versuche ich jetzt? Also, aber irgendwie sind die Nachthauer-Booster sehr komisch. Ich krieg die nicht auf. Ich krieg die nicht auf. Also, vorsichtig auf. Also, im Ganzen. Ne. Ne. Ist nicht machbar. Nachthauer ist ein Booster, wo ich verzweifelt bin. Kann ich euch nicht. Ausgerechnet Nachthauer, das, was mir noch fehlt. Äh, Draschel. Na, da ist ja. Kann man. Samutl und Senlong. Ne. Ne. Ist noch ein Nachthauer-Booster gleich. Schauen wir mal gleich, ob das dann vielleicht doch ein bisschen besser ist. Oder ob alle. Ne. Äh, in dem Display so schwer aufzumachen sind. Sturmgebirge, Draschel, Kobini. Taihaldo und Fiora. Äh, Fiaro. Also, das ist wieder. Guckt euch das an, ey. Hier ist erstens extrem viel Platz. Und total komisch, dass ich, ich krieg das hier. Dadurch, dass da so viel Luft ist, krieg ich die nicht. Na, obwohl. Jetzt ganz vorsichtig. Oh. Oben. Ja, toll. Oben ist auch wieder. Bisschen gerissen, aber das bisher beste nach Tara. Ey, da sind auch die Karten umgekehrt, ne. Naja, egal. Komisch. Ganz komisch verpackt. Enton. Promato. Flabebe. Ja gut, da brauche ich jetzt, brauche ich jetzt nicht mehr weiter, vorsichtig zu öffnen. Wir machen aber weiter in den Karten. Ja gut, da bist du ja gut dabei. Komm mal, weil wir 13 Minuten ist doch gut. Wasserenergie. Schleifenauen. Watti. Kapuna. Barschwa. Ganox in Reverse. Und. Standard Rare Karte. Bisschen. 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 Zwei V-Mix gezogen. Und. Eine Secret Rare. Schon mal nicht schlecht. στην rechtsicht. Continue. Gummihandschuhe. Boost Shake, Taiharu, ganz normal, that's fair, Pflanzenenergie, Schatzenergie, Lampi, Nachahmerin und Kapolores als zweite Holo-Karte. Enterol, Voltilang, ungenau, Bummels und Soora als dritte Holo. Jetzt kommen die ganz normalen Holos alle. Es ist ja echt heftig, dass wir gleich beim ersten Booster, ich glaube hier ist... Nein, natürlich ist hier was drin. Oh, jetzt habe ich natürlich voll geskippt, tut mir leid. Oh nein. Dann war das doch ein sehr gutes Display, was ich da mir gegriffen habe. Oh right, den habe ich auch noch nicht, cool. Nice. Du kannst diese Karte nur spielen, wenn du mindestens einen deiner Pokémon während deines letzten Zuges deines Gegners kampfunfähig wurde. Lege eine Basisenergiekarte aus deinem Ablagstapel an einen deiner Pokémon an. Wenn du das machst, durchsuche dein Deck nach einer Karte und nimm sie auf deine Hand. Misch anschließend dein Deck. Was ist denn hier mit dem Druck passiert? Da habe ich jetzt gerade einen Knick in der Optik. Also erstmal gut, dass wir die gezogen haben, weil die fehlt mir noch. Aber... Centering... Also irgendwie sieht das so aus, als ob das... Hier, ich glaube ich habe eine Knick in der Optik, als ob dieses ganze Bild so ein bisschen nach rechts und nach oben verschoben ist. Naja, mal schauen. Gucken wir mal nicht. Lass uns nachher mal mit einer Schablone gucken, ob das denn so ist oder nicht. Aber irgendwie sind die Packs sehr komisch. Also manche zumindestens. Weil da voll viel Luft ist. Die Packs meine ich jetzt. Wasser... Ja. Flamara... Cool. Habe ich auch noch nicht. Äh... Was ist denn das bitte für ein Display? Okay. Verdammt Gutes würde ich sagen. Also ich kann mich überhaupt nicht beschweren mit der Poolrate. Da komm, skippen wir auch hier. Watti. Krass, krass, krass. Nice, nice, nice. Na, ich glaube das skippen wir mal nicht. Feuerenergie. Aromalady. Aromalady. Kleptifux. Pentara. Und... Schlapfel. Wer kennt Schlapfel nicht? Das legendärste Pokémon, was es gibt. Einfach einen Apfel umgenannt in Schlapfel. Ein paar Beine reingeklatscht. Und schon haben wir ein Pokémon. Come on. Na komm. Heinrich Vasa ist drin. Bitte. Heinrich Vasa. Wie oder Vimex vielleicht noch? Das wird ein Träumchen. Oh. Gleich zwei Karten auf einmal. Roy als Common. Arschwar. Thorclef. Kleptifux. Oh. Flogus. Okay. Als vierte Holo. Warte mal. Wir haben jetzt noch... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Packs. Wir haben noch elf Packs. Okay. Ist das alles so legit? Also von der Poolrate ist schon echt krass, ne? Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ähm. Evoli. Wummel. Schnapfel. Wanderlin. Oh. Du. Ludan. Vimex. Hallo, hallo. Dich dürfte ich auch noch nicht haben. Wow. Alderwalder. Das ist krass. Wir haben jetzt richtig viele Hits. Ich muss mal kurz gucken, ob ich die überhaupt habe. Ach so, hier habe ich die gar nicht. Doch, hier habe ich sie markiert. In meiner Liste. Äh. Okay. 220. Ja, moin. Habe ich die alternative Artwork davon... Ja, das ist das alternative Artwork von... von der Vimex Karte. Nein. Oh. Das hätte auch irgendwie quasi sein können. Nein. Also ja. Geil. Also ja. Ja. Cool. Wir haben eine alternative gezogen. Aber nein. Uuuuh. Dammit. Hätte auch irgendwie quasi sein können, ne? Oder ein Achtara oder irgendwas anderes. Krass. Aber wir haben eine alternative gezogen. Wie heftig ist das denn bitte? Und vor allen Dingen bei der Poolrate. Boah. Mega coole so. Display und Opening. Was ist denn das? Ey. Das ist doch nicht mehr normal. Das darf doch gar nicht legit sein. Boah. Krass. Schon noch eine nächste Vimex Karte. Alter. Aquana Vimex. What? Ich hab... Äh. Ein. Zwei. Drei. Vier. Vimex Karten gezogen. Davon eine alternatives Artwork. Zwei Secret Rares. Also insgesamt sind es ja drei. Durch die Alternative sind es drei halt, ne? Aber... Pff. What? Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir jetzt hier irgendwo noch einen Hit haben in den... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Naja. Aber gut. Es sind halt noch acht. Alter. Es sind echt noch acht. Poster. Aber... Komm, die skippen wir mal ein bisschen. Ja. Das war klar. Ja. Noch eine Vimex Karte! Was? Hier ist noch ein Pikachu. Die packe ich immer zur Seite, weil gerne auch Sammler danach fragen. Es gibt ja genug Leute, die Pikachus sammeln. Wulverrock Vimex. Junge, ey. Pff. Boah. Noch eine Vimex. Haha. Ich... Was weiß ich. Ich kann mich jetzt... Ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Das ist ja ein richtig gutes Display. Boah. Ähm. Moment mal. Weil wenn das jetzt... Ne, das kann nicht sein. Wasserenergie. Hypno. Gabuna. Irbis. Ikatini. Datini. Machuado. Und ein Entei. Cool. Skippen wir mal. Oh. Pikachu. Ok. 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 Und jetzt nehmen wir uns hin in den letzten vier Packs von einem supergutem Display. Display. Kabina, Baschwa, Noxchan, Gounox, das war's. So, Gounox, guck ich dir dahin, zu den März. Vorletztes Pack. Und Galazaptors als Holokarte, Wahnsinn. Aber noch eine Holokarte gezogen. Und letztes Pack mit Nachtara drauf. Vielleicht Last Pack Magic. Wobei das wäre jetzt schon kackend dreist. Also es wäre jetzt schon richtig dreist, wenn ich hier noch einen guten Hit hätte. Aber es lässt sich auf jeden Fall nicht öffnen. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Das ist sehr widerspenstig. Das Nachtara. Gehen wir das sogar noch besser auf als das andere. Wow, ja. Perfekt. Ohne Riss. Oben. Perfekt. Sehr schön. Ja, siehste. So. Last Pack Magic. Kampfenergie. Tentoxa. Sedimantur. Aromalady. Coutini. Libiskus. Dartiri. Lampi. Lilminip. Keine Ahnung. Glückseis. Lampi. Garados Lemix. Ja, Mensch. Noch eine Lemix-Karte. Wir haben ja noch nicht genug gezogen. Nice. Sehr cool. Sehr. Sehr. Cool. Dann gucken wir uns mal das Endresultat an. Mega cool. Also ich bin sehr, sehr happy. Also wir haben einmal Garados Lemix gezogen. Dann haben wir einmal Vulvarock Lemix gezogen. Akvana Lemix. Die alternative Lemix-Art von Doroludon Lemix. Dann Flammara Lemix-Karte. Roy als Secret Bear. Gesichtsschutz als Secret Bear. Psyana als Vimex. Und das Ponytox Vimex auch. Ja, in diesem Sinne. Ich hoffe euch hat es gefallen. Wenn ja, dann unterstützt mich mit einem Like und einem Abo. Ich würde mich sehr, sehr über eure Unterstützung freuen.